Yo Leute, was geht? Da bist du wieder Masako, euer bester Freund. Ja, ich weiß, einen Tag zu spät, aber lieber zu spät als gar nicht. Und diesmal folgen wir der Schatzkarte aus Flush Factory. Dazu müsst ihr hier einfach in die Nähe von Salty Springs zu dieser braunen Fläche. Ich zeige euch das nochmal auf der Map. Auf jeden Fall. Hier ist der Stern, meine lieben Freunde, den gönnt ihr euch einfach auf entspannter Kanöle. Hier nochmal auf der Map. Hier ist Fatal Feeds. Rechts da drunter, da drüber, direkt Salty Springs. Auf diesem Hügel, auf der braunen Fläche. Den gönnt ihr euch einfach auf entspannter Kanöle. Dann habt ihr diese Quest auch schon hinter euch. Sorry, dass ich jetzt einen Tag zu spät dran bin. Erstmal looten. Aber ich hatte gestern einen Kampf auf meinem Hauptkanal gegen einen Profiboxer. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Mein Hauptkanal heißt wie der hier. Nur mit ohne O am Ende. Also nur Mazdaq. Gönnt euch das einfach auf entspannt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Yalla.